Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Beseitigen Sie Krampfadern, indem Sie diese Mischung jeden Tag anwenden. Die Eliminierung von Krampfadern ist für viele Menschen wünschenswert. Krampfadern verdünnen sich, schweben auf der Hautoberfläche und verursachen Schmerzen. Sie werden mit vielen Medikamenten behandelt, die Ihre Gesundheit verschlechtern und Sie fühlen sich müde. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen. Es gibt eine Methode, um eine natürliche Mischung zu machen, die uns hilft, Krampfadern sicher und schnell loszuwerden. Die natürlichen Inhaltsstoffe der Mischung helfen uns, Krampfadern zu reduzieren und helfen der Durchblutung und die Schmerzen und Taubheitsgefühl zu lindern. Gleichzeitig hilft diese Mischung auch zu desinfizieren, somit Infektionen zu verhindern und Entzündungen der Venen zu reduzieren. Wenn Sie nach einer Lösung für Ihre Krampfadern ohne Operation oder einer intravenösen Laser suchen, sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen herstellen, die von Ärzten in Großbritannien empfohlen werden, um Krampfadern vollständig zu beseitigen. Bevor Sie fortfahren, teilen Sie uns bitte das Video weiter, um Sie bekannter zu machen und kommentieren Sie, woher Sie kommen, damit wir Ihnen einen herzlichen Gruß senden können. Die erste Zutat, die wir verwenden, um diese Mischung zu machen, ist eine Orange. Wie wir wissen, sind Orangen reich an Nährstoffen, sehr kalorienarm und zuckerhaltig. Orangen reduzieren Krampfadern und stellen die Durchblutung wieder her. Es hilft, Schmerzen und Taubheit zu lindern und reduziert Wassereinlagerungen in den Beinen. Es wirkt als Tonikum für die Haut und verbessert seine Elastität. Darüber hinaus haben Orangen auch viele Vitamine, um bei der Verdauung zu helfen, um gut zu schlafen, das Sehvermögen zu verbessern und die Haut zu verschönern. Wir schneiden die Orangen in kleine Stücke. Bitte beachten Sie, dass wir die Orangen nicht schälen sollten, um die notwendigen Nährstoffe zu behalten. Die nächste Zutat ist ein kleines Stück Ingwer. Ingwer enthält viele medizinische Eigenschaften, das als auch natürliche entzündungshemmende Mittel gilt. Hilft, den Entzündungen in den Krampfadern zu reduzieren. Ingwerhitze hat die Fähigkeit, Fibrin, ein Gerinnungsmittel, zu lösen. Darüber hinaus heilt Ingwer auch Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, senkt den Blutdruck und ist sehr gut gegen Krebs. Den Ingwer schälen und schneiden wir in kleine Stücke. Die nächste Zutat ist eine Tasse Weißwein. Wie Ingwer wird Alkohol als ätherisches Öl verwendet und in die Gliedmaßen oder den ganzen Körper eingelassen. Die gute Wirkung der Durchblutung eliminiert Bakterien, behandelt eigene Krankheiten und wird verwendet, um Infektionen zu desinfizieren und zu verhindern. Wenn Sie müde sind, können Sie ein paar Tropfen Alkohol auf die Unterseite Ihrer Füße reiben oder weichen Sie Ihre Füße mit ein wenig Weißweiß ein, was gut für Ihre Blutgefäße sind. Nun lassen Sie uns die Orangen, Ingwer und Weißwein in einem Mixer geben und pürieren. Dann gießen Sie die Mischung in eine Schüssel. Zum Schluss ein Teelöffel Apfelessig in die Mischung geben und gut umrühren. Apfelessig ist ein natürliches Lebensmittel, das zur Reinigung des Körpers bei gleichzeitiger Verbesserung der Durchblutung und Verringerung der Krampfadern dient. Darüber hinaus enthält Apfelessig Antioxidantien, die helfen den Blutzucker zu reduzieren, Stoffwechselstörungen zu lindern und den Bluthochdruck zu kontrollieren und das kardiovaskuläre Risiko zu begrenzen. Jetzt haben wir die Mischung abgeschlossen, um Krampfadern mit allnatürlichen Inhaltsstoffen zu entfernen. Um diese Mischung auf die effektivste Weise zu verwenden, müssen Sie die Mischung auf den Krampfadenbereich auftragen. Dann verwenden Sie ein großes Tuch, um es an Ort und Stelle für eine Stunde zu halten. Insbesondere um die beste Wirkung zu erhalten, sollten Sie diese Methode jeden Tag anwenden. Nach nur zwei Wochen der Anwendung wird es Krampfadern fast vollständig zu beseitigen. Vielen Dank für Ihre Zeit, um sich das Video anzusehen. Bis zum nächsten Mal!